Hallo, mein Name ist René Weber. Ich möchte heute mit Ihnen über die Fast-Forward-Kampagne sprechen. Wer uns als FastLTA kennt, weiß, dass unsere Silent-Brick-Systeme bereits seit Jahren mit All-Flash entstehen entsprechend höhere Kosten, da Flash-basierte Medien deutlich teurer sind. Der Merge passiert auf den Platten bzw. in diesem Beispiel auf den SSDs und benötigt entsprechend einen hohen I.O. Entsprechend eine Aufbewahrung der Daten, welches natürlich über die Zeit in einer entsprechend großen Datenmenge endet. Über eine Snapshot-Rotation im Speicher entsteht entsprechend mehr Speicherbedarf. So, ich habe diesen Bereich mal für Sie vorgespult. Die Aussagen, die Sie gerade eben gehört haben, galten bisher auch bei uns. Geschuldet ist das Ganze der Logik des Backups an sich, also der Ablage in Full und Increments. Und dann entweder über mehrere Ketten, welche aufeinanderfolgende Fulls im wöchentlichen Rhythmus mit sich bringen, oder aber über eine Forever-Incremental-Kette, die bedingt, dass ich Increments und Full-Backups miteinander verschmelze. Die Anforderung an die Immutability, die mir die Sicherheit im Backup-Speicher generiert, um im Falle eines Falles auch bei einer Verschlüsselung oder eines Angriffs auf den Backup-Speicher Daten wiederherstellen zu können, erhöht diese Problematik der Datenmenge, die sich über die Zeit ansammelt, entsprechend umso mehr. Damit wollten wir uns aber nicht zufrieden geben. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen über die Fast-Forward-Kampagne sprechen. Den ersten Schritt dieser Kampagne haben Sie möglicherweise schon Anfang des Jahres mitverfolgt. Hier wurde der Silent Brick Plus als die neue All-Flash-Variante des Silent Bricks vorgestellt. Deutlich günstiger und damit deutlich breiter einsetzbar, gerade im primären Backup-to-Disk-Bereich, um Daten so schnell wie möglich abzulegen, aber auch im Restore-Fall so schnell wie möglich wieder zurückzulesen oder mit einem Instant Recovery direkt anzustarten. Der zweite Schritt, und hier haben wir heute hingespult, ist das Thema Fast-Clone-Support. Was ist der Fast-Clone-Support? Ich möchte beginnen mit einer Begriffserklärung. Was bedeutet Fast-Clone oder, wenn man danach recherchiert, was bedeutet Ref-Link, was mit Fast-Clone irgendwie in Verbindung steht? Beginnen wir mit dem Begriff Ref-Link. Ref-Linking oder Reference-Linking bedeutet, dass ich Blöcke, die ich bereits besitze, aufeinander verweise, anstatt sie zu multiplizieren. Das heißt, wenn ich einen Block im Pfeilsystem an einer anderen Stelle nochmal verwenden möchte, kann ich ihn über Referenzen verlinken, anstatt davon eine Kopie, also wirklich eine Multiplikation dieses Blocks zu erstellen. Schaue ich mir eine ganze Datei an, die ich kopieren will oder klonen möchte, sind wir dann im Bereich des Fast-Clone-Supports. Der schnelle Kopiervorgang erfolgt hier durch die Verknüpfung, also durch die Verlinkung, und es wird dabei sozusagen kein Bit dieser bestehenden Blöcke neu geschrieben. Stelle ich mir das Ganze mit einer 1TB-Datei vor, die ich 1 zu 1 nochmal im gleichen Fallsystem ablegen möchte, um vielleicht später Modifikationen daran vorzunehmen, würde das im klassischen Modell bedeuten, ich kopiere 1TB nochmal um, ich habe danach 2TB verbraucht und ich habe lange Zeit gewartet, bis die Daten geschrieben wurden. Wo ist das relevant? Wo ist das interessant? Gerade im Backup-Umfeld und ganz spezifisch in Kombination mit der Backup-Software Veeam. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Wir nehmen an, wir haben eine einfache Infrastruktur, bestehend aus mehreren virtuellen Maschinen. Die mehreren virtuellen Maschinen in diesem Beispiel möchte ich gerne sichern, das heißt, ich sortiere sie zusammen und nutze eine Backup-Software dafür, um diese Daten in ein Full-Backup zu überführen, beziehungsweise eine Kopie dieser Daten in ein Full-Backup zu erstellen. Das Full-Backup beinhaltet also alle Daten, die ich benötige, um den kompletten Datensatz, also alle VMs, wieder herzustellen. Über die Zeit verändern sich die Daten. Jetzt könnte ich jeden Tag ein neues Full-Backup generieren, ich würde jeden Tag nochmal die Daten komplett kopieren. Das ist ineffizient. Daher gibt es die Funktionalität der Incrementals. Das inkrementelle Backup schaut sich also quasi an, was hat sich verändert in der Quelle und sichert nur die Veränderung. In unserem Beispiel eine einzelne VM. Diese wird dediziert zusätzlich abgelegt oder eben die Veränderung innerhalb dieser und stellt mein erstes Increment dar. Über die Zeit sammeln sich die Increments an und am Ende der Woche beispielsweise habe ich ein Full-Backup vom Anfang der Woche und einen Haufen Increments, die dahinter kommen. Möchte ich zu diesem Zeitpunkt meine Daten wiederherstellen, müsste ich aus dem ursprünglichen Full-Backup und allen Änderungen, die danach passiert sind, erstmal den finalen Stand wiederherstellen, um die Daten zurückzulesen. Deshalb geht man üblicherweise den Weg, dass man regelmäßig wieder Full-Backups zwischenschiebt. Das heißt, jede Woche ein neues Full-Backup. Was bedeutet ein Full-Backup im klassischen Fall? Ich mache eine 1 zu 1 Kopie meines ursprünglichen Full-Backups. Das dauert seine Zeit. Die Datenmenge ist sehr groß. Und anschließend führe ich die Veränderungen, die sich über die Zeit angesammelt haben, also die Increments, auf diesem Full-Backup aus. Also merche sozusagen das Full-Backup mit allen darauf folgenden Increments, um ein neues Full-Backup zu generieren. Man sieht ganz schön, ich brauche jetzt hier bereits den Speicherplatz von zwei Full-Backups und den Increments dazwischen. Zusätzlich habe ich relativ viel Zeit gebraucht, um überhaupt mal das ursprüngliche Full-Backup zu kopieren und dann auch noch mit den Blöcken der Veränderung zusammenzubringen. Je länger diese Kette läuft, desto extremer wird der Speicherplatzverbrauch. Je mehr Increments ich mit dem Full-Backup verrechnen möchte, desto länger dauert die Verrechnung oder Berechnung dieser Änderungen innerhalb des Full-Backups. Man sieht, es ist nicht ganz so effizient. Was ändert sich jetzt durch den Fast-Clone-Support? Der Fast-Clone-Support erstellt keine 1 zu 1 Kopie der Blöcke, sondern erstellt eine 1 zu 1 Kopie über das Fast-Cloning, also über Referenzen, die verlinkt werden, und sagt erstmal, ich habe ja alles schon da. Anschließend schauen wir uns an, welche Änderungen sich über die Zeit entwickelt haben, die Increments. Auch die Increments habe ich alle schon da. In unserem einfachen Beispiel kann ich also sagen, mein neues Full-Backup verbraucht keinen Speicherplatz, denn es verlinkt nur auf das ursprüngliche Full-Backup und die entsprechenden geänderten Blöcke der darauffolgenden Increments. Nehme ich dieses Beispiel über mehrere Wochen oder Monate, wo ich davon ausgehe, dass ich jede Woche ein Full-Backup generiere, kann ich mir relativ schnell ausrechnen, welchen Kapazitätsvorteil mir das bringt. Ich spare mir für jede Woche den Speicherplatz eines Full-Backups und welchen Performance-Vorteil mir das bringt, in jedem Moment, wo ich Full-Backup und Increments zusammenrechne oder Daten wiederherstellen möchte. Zusammengefasst bietet der Fast-Clone-Support Vorteile im Performance-Bereich, Vorteile im Kapazitätsbereich und damit am Ende Vorteile im gesamten Backup-Target, was Preis, Performance und Kapazitätsverbrauch angeht. Ich hoffe, ich konnte Sie begeistern. Sollten noch mehr Fragen offen sein, wenden Sie sich gerne jederzeit direkt an uns. Wussten Sie, dass die Fast-Clone-Funktionalität ab dem Update jedem unserer Kunden mit einem Silent-Brick-Controller zur Verfügung steht und das kostenfrei?